So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Altes Live. Was Medics machen, wenn ihnen langweilig ist. Viel Spaß. So, kannst du den nächsten einsteigen? Wollen wir kurz in einen anderen Channel gehen? Nein, wir bleiben alle in einem. Ja, wir drei. Können wir ja noch in dem bleiben, oder? Wir sind hier eigentlich noch in dem Channel. Labitons, wir beide miteinander. Achso, nur noch John. Der auch der einzige ist, der noch Dienst macht. Wir machen auch Dienst, es gibt ja nur nichts zu tun. Okay, okay. Okay, was wir gehen? Das ist alles nur ein Kavala, genau. So, warte mal, warte mal. Okay, dann los. Du sollst fünf Sekunden warten, sag mal. Er hat doch gesagt, wir sollen ihn verfolgen. Nichts fünf Sekunden warten. Schön, und ich stehe da noch. No. Wo ist denn Zaun? Mal sehen, ob es diesmal schneller geht. Äh, oder länger dauert. Und? Scha, ich, ich, also ich, ich bremse schon. Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg. Ja, ich bin später losgefahren, ja. Genau deswegen. Durch das Mähnfeld. Ja, ja. 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 Ich bin doch ganz, ja. Nur nicht die Schranke zu machen, Alter. Nein, nein. Keine Socke. Ja, ja. Ja, so wie der Müller bei mir gestern. Ja, scheiße. Ne, sag mal hier. Das war aber unfair hier. Wer ist denn jetzt eigentlich wer? Ich, ich... Hier. Der hier. Der muss gejagt werden hier. Ich mach meine Sirene. Ich mach mein Blaulicht aus. Der mit zwei, der mit zwei Haken. Drinnen. Drinnen. Oh, oh, oh. Alter. Mir geht ja noch die Schranke zu. Hier, Schweine. Irgendwie. Ich spack schon wieder rum. Irgendwie will er gerade nicht. Rückwärts fahren tut er, aber vorwärts nicht. Ich hab Orang schnell rein. Ich auch, aber... Ähm. Ich hänge da Brücke fest. Jetzt, jetzt rede ich mich vorwärts. So. Was sagst du, Labidonx? Was ist los? Ich war gerade in der Brücke festgepackt. Darf ich dich mal raushauen? Ich bin schon wieder unterwegs. Ah ja. Baus. Ich muss gleich, dass man so auf und checkt vorhin kommt. Oh, da gibt's ja doch noch eine Schranke. Geh auf! Boah! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Was? Gleich nicht mehr! Mit der guten Reife. Nein! Scheiße! Nein! Reife! Scheiße! Schnell! Scheiße! Reparier! Ich fahr mal ein Stück bei Seite! Ja, reparieren, ne? Also... Ich brauch noch 10 Stunden. Scheiße, das von mir geht langsam voran. Ja, wir müssen alle reparieren, nur so. Geil. Das ja, wenn Medics Langeweile haben und keine Einsätze kommen. Ich bin bei 28% erst. Ich bin bei 40. 30. 30! Ich weiß, geht nicht voran. Ich muss quick reparieren machen. Ist auch fertig. Ne, ich bin bei 50%. Ich frag dich nur gerade, wie komm ich hier eigentlich wieder runter? Gar nicht. Gar nicht, genau. So, wie komm ich hier raus? Das ist ja auch eine sehr schöne Frage. Schranke aufmachen, dann kommst du auch weg. Ich bin nicht im Checkpoint. Hä? Also, wie sie so halten im Checkpoint. Ich hab mein Fahrzeug repariert, ne? Aber ist aber noch kaputt. Ich mach die Schranke erstmal auf. Ich pack den Boden fest. Das ist sehr nice. So, bist du jetzt draußen? Ähm, ne, doch eine Seite ist draußen. Die linke Seite noch nicht. Dann schiebe ich mal von anderer Seite. Ja. Achtung. Okay. Sehr schön, jetzt bin ich wieder draußen. Aber jetzt lass mich kurz ein bisschen wegfallen. Ja, ja, klar. Nur zu was? Ich fahr mal hier entlang. So, tschüss. Ihr könnt mich weiterverfolgen. Ich soll gerade sagen. Ich hoffe, die Einstellung passt. Oh, sorry. Hey, wir fachst du. Ich bin hier halt, der keine, äh, kein Bahndicht an hat. Wir haben gar keins mehr an hier. Äh, Leute, die sagen ohne Nightwishen. Okay, wir fahren ohne Nightwishen. Finde ich irgendwie lustig. Ja, das sowieso. Sowieso. Ja. Ich fahr selten mit Nightwishen, also. Ja, aber denk an Labitons. Deine Zuschauer wollen was sehen. Die sehen auch sowas. Macht der Labitons Let's Plays, oder? Ja. Oh, okay. Nice. Abonnentenzahl? 400 irgendwas. Alter, ist der verdammt, ist der schnell, ey. Ja, durchaus. Das ist eher... Oh, 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 oh. Sind wir jetzt eigentlich... Nee, wir sind, wir sind noch im zivilen Bereich. Das ist gut. Oh, fuck. Fuck. Johnny, du deckst ja, denk ich mal, äh, ganz altes ab, ne? Scheiße. Der voll Profi am Werk. Bin ich kaputt? Ja, ich bin tatsächlich kaputt. Na dann, ich repariere mal schnell. Ah, scheiße. Du Ratte. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Du weißt nicht. Ähm. Scheiße. Ich hab... Ne? Ich hab kein... Warum lassen sich diese Bäume hier nicht fällen? Ja, das hat mich auch gewundert. So, okay. Das hat dich kaputt gemacht. So, wieso bist du fast tot? Ich weiß es nicht. Ich hab noch 86. Ach so, ich hab noch 94. Ist doch alles nicht schlimm. Wie er da steht, wie er da steht hinter den Steinen. Du denkst, ich halte direkt auf dich zu und seh das nicht oder was? Ja, das heißt, ich versuch was wert. Hilfe. Nein. Weilbaum. So, Alter, ganz knapp an ihm vorbei. Na, es geht. Also ganz knapp hier, ne? Ja, genau. Weißt du, ich bin gerade mal fertig mit Reparieren sofort wieder kaputt. Ja, so, Levitonk. Ja, das kann durchaus passieren, aber danach kann ich mich nicht nochmal reparieren. Boah, ich seh, ich seh'n Scheiß von gar nichts. Was? Wer guckt uns jetzt da echt zu? Boah, fuck. Das war ein Stein. Nein, wie kommst du da rauf? Boah, ich seh' fast nichts. Wer guckt uns zu? Ach so, der Heli da oben. Boah. Boah, fuck, 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 fuck. Fuck. Weilbaum. Oh? Fuck. Fuck, nein. Okay, bis gerade. Nichts passiert. Ja, Ansatz. Nichts passiert. Am Pfirsichfeld. Gleich nicht. Okay, ab zum Pfirsichfeld, Leute. Äh, bei, hä? Ab zum Pfirsichfeld. Eins? Was? Nein, nein. Er hat einen Einsatz. Was, wir? Ja, ihr oben. An welchem Pfirsichfeld? An welchem? Genau da. Sag mal welchem, ich hab keine Zeit zu schauen. Äh, Fischmarkt. Fischmarkt? Ja, bei welchem Fischmarkt bist du? Ach, komm, ich hab keine Ahnung. Hier, ich sag, äh, Atira. Atira, gut. Oh, oh. Oh. Gut, dann sollten wir mal hin, ne? Ja, ich, ja, ihr verfolgt mich dahin, würd ich sagen. Äh, ja, also ich komm danach, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Ey, Navitons, bist du das? Ja. Oh, oh. Ich hab ja nicht mal markieren können, wo ich hin muss. Ich muss das jetzt machen. Ich auch nicht, aber. Boah, ich muss das jetzt machen. Bin ich schon tot? Ja, mach mal, mach mal schnell. Ne, ne, alles, genau, alles macht gut. 6,1 Kilometer. 6,1 Kilometer. Wow. Fuck. Wir sind doch nicht, wir töten dich doch nicht, also bitte. Fuck. Wir sind Medics. Wir wollen nur dein Auto kaputt machen. Ach ja, mit meinen Autos. Ich hab keine Autos. Ich hab keine Autos. Genau. Ich wollte mein Auto mit meinen Autos kaputt machen. Geil. Ja. Oh, 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 oh. Also ich bin noch weit entfernt. Ich krieg gerade nicht mehr als 80, 85, 87. Bäume. Hä? Loll. Ich bin gegen gefahren und, Loll. Ich bin, ich bin auch kaputt. Ich steh direkt neben dir. Ich bin, ja, wie. Ich bin auch kaputt. Ja, aber ich kann mich nicht mehr reparieren, also. Wir, wir, wir hauen jetzt zusammen ab. Okay, beschlagnah mal den anderen dafür. Ja. Wir hauen jetzt zusammen ab, der andere das ist. Wo ist jetzt hier? Ach, da ist ein Einsatz. Also du, Jagen und die Zweite. Oh, das ist ja noch. Ach so, weil Baum, äh, Stein. Warum sterben jetzt so viele? Verderben wir in jedem Spaß. Echt mal, da muss man ja hier richtig arbeiten. Gehst du? Nein, nicht als Fahrer. Mensch. Kannst du, aber kannst du. Mach mal bitte kein Licht an, möglichst. Da seh ich mehr. Was? Wie soll ich denn jetzt anfahren? Einfach ins Kopf gehen. Das ist mir egal. Ja, toll. Das ist mir scheißegal. Jetzt freu ich mich aber. Gamma hochgedreht oder was? Ne, ich, es ist alles im Anschlag. Hast du deine Gamma hochgedreht, Labitons, oder wie? Ne, ich mach mit Nightwishen. Oh 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 oh. Nein! Scheiße. Lol. Hä? Voll daneben, ey. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Ich hab nicht mal Nightwishen. Ich hab nicht mal Nightwishen. Alter, mach das Licht aus, Alter. Ach, scheiße. Mach die Funzler. Da war ein Stein, also. Ja, ach so. Aber ich hab einen Baum gefällt, immerhin, ne? Habt ihr schon gesehen? Ja, ich auch. Ich hab schon mehrere gefällt. Kannst du, dass die Reifen am Arsch sind? Ja. Noch nicht. Durchaus. Weil wir gehen immer so nach rechts, weißt du? Irritiert mich so ein bisschen. Ja, solltest du mal doppelt halten. Du fährst bei mir. Aber das Ziel ist in einer anderen Richtung. Ja, meine Reifen sind im Arsch, Kollege. Ich muss immer nach rechts jetzt ausgleichen. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass du dabei bist. Ja, man sieht halt bloß nix, also. Ähm. Labitons? Ja? Wir spawnen mal kurz mit uns zum Krankenhaus und holen uns noch mal neue... Ja. Respawn. Respawn. Aber denk dran, dass... Ich bin tot umgefangen. Denk dran, aber dass ich den Hunter da... Was? Was? Ich bin gestorben. Was? Warum bist du gestorben? Ich hab keine Ahnung. Labitons wurde getötet. Von? Ohne Punkt und Komma. Oder einfach nur getötet. Okay. Ich hab kein Nightwishen dabei. Wo liegst du? Ich schön, Gott sei Dank. Ich liege vor dem Auto. Da bist du. Ich hab dich gefunden. Ich hab auch Respawn gedrückt und dann bin ich umgefallen. Ah ja. Das ist Sparta. Oh, Stein. Oh, oh. Limousine. Ist gerade eine Limousine ohne Licht gefahren. Die hätte ich fast weggeschossen. Sauerei, weißt du? Nur weil ich komplett... Gut, okay. Dazu gesagt, ich hab kein Sondersignal an, kein Licht, keine Sirene. Da betont uns jetzt jagen. Jetzt jagen wir beide den. Don Do. Don Do. Reicht es mir hin, dass ich schon einmal mein Gedächtnis verloren habe? Wollt ihr mich nochmal durch einen schweren Unfall? Wollt ihr das jetzt nochmal verursachen? Ja. Natürlich. Hallo. Ach scheiße. Ist doch nicht dein Ernst. Ich schieße auf dich nebenbei. Was? Ja. Wie jetzt? Ich hab ein paar Gewehre und so dabei, also... Was? Wie denn das? Wie denn das? Das ist ein Bug von Arma. Ja, aber sonst... Aber, äh, okay. Was heißt ein paar Gewehre? Der ist echt... Der ist echt in Militäruniform. Ja, das ist ein Bug. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal das schnell hier... Moment. Inventar. Nee, nee, nicht salfen, sondern... Scheiße, Moment. Ins Auto-Inventar packen, Auto einparken, weg. Genau. Sag mal, warum geht das jetzt nicht? Weil das Auto nicht aufgeschlossen ist. Wir können nicht in geschlossene Fahrzeuge. Nee, ich konnte den Hemd grad nicht ablegen. Aber ich hätte einfach ein neues Spawn, dann Spawns nämlich... Ist der am Pfirsichfeld eigentlich noch da? Ja. Muss ich das wissen. Gut. Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg dahin, Jungs. Ja, ja. Es tut mir ja leid, dass ich... Naja. Es tut mir ja leid. Kannst ja dann herkommen. Tatsächlich noch, äh... Das Bedürfnis... Oh, Mauer. Kaufen wir jetzt erstmal ein paar Reparatur-Kits. Ich hab tatsächlich noch das Bedürfnis, den Menschen hier zu helfen. Auf Alters. Willst du mich verarschen? Ich auch, aber... Jetzt hab ich... Nein, nein, wirklich jetzt. Also ich will dich nicht verarschen. Ich hab wirklich das Bedürfnis, den Menschen zu helfen. Ja, logisch. Aber solange halt keiner requestet... Ja, aber der da oben hat requested und da oben bin ich auf dem Weg dahin. Deswegen... Oh, ich hoffe, da ist kein Baumeet da. Leider, leider hatte ich halt ein Fahrzeug, das nicht mehr funktionstüchtig war. Und damit war es halt ein bisschen schwer zu fahren. Oh, schön. Einmal Attacke. Oh. Ja, das ist ja nicht mein Problem, dass dein Auto nicht mehr ganz funktionstüchtig war. Du hättest es vielleicht mit doppelt Alt... Oh. Mit doppelt Alt drücken können. Nein, der ist mein Reifenschaden. So, also ich kann wieder. Aber kurz... Ja, kannst du schon mal das Fahrzeug holen? Jo. Oh. Was jetzt? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich kann auch mal an. Ich hatte einen Himmel mitnehmen. Mensch. Was? Ja, versuch es mal. Ich habe einen Medic. Ich habe einen Medic. So, ab los. Okay. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er natürlich weg. Nö, ist klar. David Toms, bist du noch auf Aufnahme? Ich bin immer noch dabei, ja. 16 Minuten schon. Kollege, falls du das hier irgendwann mal siehst, danke, dass du... dass du Wii Sport bist. Das waren gerade 6 Kilometer querfeldein. Ja, wir hol dich jetzt dafür. Ja. Querfeldein. Ja, los. Kommt auf mich drauf zu. Oh, war nicht aus. Angsthase spielen. 86 HP. Das ist in Ordnung. Aha, übrigens, mein Hunter, da wurde skinnig geladen. Bei mir ist der ein normaler Hunter. Bei mir ist der ein normaler Hunter-Farbe. Ja, meiner ist ja auch eine normale Hunter-Farbe, diese Braue. Boah, habe ich Lecks. Der Notarzt hat sich schon wieder getötet. Läuft bei dir? Das ist jetzt aber eine ganz schlechte Nachricht, ne? Also, ich bin explodiert. Oh, das tut mir leid. Das tue ich auch manchmal. Aber im Bett. Hier steht ein... Oh, fuck! Fuck! Boah! Alter! Ist der gerade rechts an uns vorbeigefahren? Möcht mich einer wiederbeleben und möchte ich mich für ihn umwarten. Huuuuh! Äh... Wir gucken mal, was sich machen lässt. Okay. Okay, also ich bin noch ganz. Lass mich hinter uns. Bam! Oh, nee, ist schon so. Nein! Was? Wo? Ich hab ihn. Ach, hinter uns! Nein, komm her, wo die zwei Hexagons sind. Naja, ich bin schon unterwegs. Ja, komm! Ich hab ein rotes Rad. Das ist gemein. Oh, das ist die Polizei! Die Polizei! Was? Oh, oh, oh! Oh, die Polizei! Oh, die Polizei! Außerdem, was wollen die denn mit einer Limousine anfangen? Solange die nicht mit einem Hunter kommen, mach ich mir keine Sorgen. Mein Skin ist geladen. Oh, fuck! Oh, ja! Mein Vieh ist im Arsch. Nein! Mein Vieh ist im Arsch. Äh, meine vier auch. Ne, drei davon bloß. Drei davon, ja. Wunderschön. Jeder repariert mal seinen Hunter. Oh! Oh, 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 au, 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 au. Ich brauch nicht reparieren, ich bin doch vollkommen funktionstüchtig. Ja, also... Dann tu mir mal bitte den Gefallen und reparier mal meinen Hunter. Aber warte mal, lass mich erst mal weg, meine Selbstbehandlung fertig machen, ja. Ähm, scheiße. Was? Keine gekauft. Der hat sie nicht gekauft. Ich hab, ich hab drei Stück dabei. Ach, gut. Weil da liegt nämlich ein Hunter auf dem Dach. Also hier, ich, ich, ich geb, ich leg dir eins hier auf den Boden. Also ich könnte jetzt auch niemanden wiederbeleben. Das ist doch so ein... Du hast nicht mal einen Verbandskasten dabei? Nee, der hat's mir nicht gekauft. Also an die Zuschauer vom Labitons, ihr seht, was das für ein Profi ist. Ja. Ja. Hier, ich schau dich an. So, jetzt reicht's. Was reicht? Nein. Hör auf, setzt, setzt nicht zurück. Jetzt. Jetzt. Man kann über alles reden. Alter, aber ganz ehrlich, Leute, guckt euch das mal an. So ein Hunter tiefer gelegt hat doch was, oder? Ja, klar, das ist auf jeden Fall was. Das sieht schon geil aus. Nein. Bleib's jetzt schön stehen. Aua. Hä? Ich hab 99, helf. Das macht nichts. Ich hab 99. 99. Ja, nee, ist nicht lustig. Warum nicht? Hier, ich möchte keine GEMA haben, ja, also ehrlich. Wie sieht's eigentlich aus mit schwarzem Humor? Ist mir egal. Okay, weißt ja, wenn schwarzem Humor ist, ist ja wie mit dem Essen, ne? Ja. Hat nicht jeder. Das muss meine Zuschauer fragen, nicht mich. Ja, ja. Ach, Mann. Endlich. Geht wieder. Was war das jetzt? Ja. Ich hoffe mal, dass... Also, ich hoffe mal, dass mein Hunter gleich aus dem Boden rauskommt. Ich bin weg. Ja, du darfst schon mal fahren, wir verfolgen dich gleich. Hallo, ich bin bei 80% und wie gesagt, bis jetzt stecken meine Felgen noch... Also, bis jetzt liegt er noch mit dem Unterboden auf dem Sand auf. Jaja, wir verfolgen gleich. Das ist normal, das ist normal. Wir verfolgen welchen Lavi-Kons. Ich gefällt mir aber trotzdem... Ja, ich fahr auch langsam, ja. Ja. Okay, er ist immer noch im Boden. Scheiße, ich muss nicht da wieder raus... Nee, jetzt ist er draußen. Er ist draußen. Für mich nee. Bei mir ist er draußen. Bei mir draußen. Na, ich guck mal, ob ich fahren kann. Steig mal ein. Wie geil, er steigt erst mal hoch ein. Ja, er ist draußen, ja. Nee. Hä? Bei mir ist er draußen. Ich schubs ihn, warte. Ich schubs dich jetzt ein. Nein, nein, nein. Hörf, 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 hörf. Das ist eine Wand neben dir, du Eumel. Irgendwie kann ich gar nichts mit dem Auto machen. Weder schieben noch umdrehen. Ja, weil du nicht der Besitzer bist. Ja, schnell fragen, aber es kommt. Achtung, weg da. Oh, 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 oh. Ach, von da kommt er rein, ich fahre. Alter. Okay, eine Seite hast du rausgekippt. So, jetzt kommt die nächste. Mitsamt Wand. Ja, passt. Ich glaube, dein 1-Repair-Kit brauchen wir gleich noch. Wenn das so weitergeht. So, ich fahre gerade durch die ADAC-Base. Nimm doch mal Anlauf. Ja, das mache ich doch. Ich gehe ja schon in Deckung. Oh, meine Reels sind orange, aber du bist draußen. Ah, ja, okay, jetzt, jetzt, genau. Aber ich sage mal so, bei Cops brauchen wir uns grundlegend sowieso keine Sorgen machen. Weil die können ja überhaupt nicht fahren. Also noch schlechter als Labitons sogar. Ich fahre gut, ja. Ich fahre besser als ihr. Wo ist denn eigentlich der Labiton? Ich bin jetzt gerade nochmal im Krankenhaus, um mir das Zeug zu kaufen. Also wenn schon, dann heißt das als wie ihr. Alles wie ich bin ich besser. Also, Labitons hat die Saison schon geöffnet, also ihr bringt mich schon gemessen. Ich habe kein Wort von dir verstanden. Ja, ich auch gerade nicht. Ja, dieser scheiß Internetstick mal wieder. Mach mal dein Licht. Achso, du hast ja keinen Night Vision. Immer diese Leute ohne Night Vision hier, ey. Oh, Baum. Na, ich würde sagen, er hat den Baum getroffen, so wie es sich angehört hat. Weil Baum. Ja, ich würde sagen, damit dein Video nicht so lang wird, machen wir erstmal einen Break. Was meinst du? Das mache ich so zwischendurch mit rein. Achso. Wenn es zu lang ist. Wenn es zu lang ist. So, jetzt müsste es wieder gehen, endlich. Ich kann nichts kaufen. Was? Warum nicht? Keine Ahnung. Ja, kriegen wir gleich. Warum kannst du nichts kaufen? Komm her, komm her. Das Geld wird weniger, aber ich kann so nichts kaufen. Hast du einen Rucksack gekauft? Das kommt nicht. Ja, genau. Hast du einen Rucksack gekauft? Ja. Habe ich gekauft. Ich mache, glaube ich, mal lieber. Aber der ist auch, der kam auch nicht zu mir. Hä? Dann kaufen nochmal. Ja, eben. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt erstmal deinen Hunter suchen. Der ist nicht zu übersehen. Ich hoffe, das Sehen ist nicht das Problem. Ich hoffe, dass er zu treffen ist. Ey, die machen jetzt nicht, aber ich will nicht noch einen Ressortipp von dir. Was machen Sie? Was arbeiten Sie eigentlich? Ach, ich bin Scharfschütze. Oh, schön. Da trifft man bestimmt viele Menschen. Und manchmal, vielleicht, eventuell. Kommt drauf an. Kommt drauf an, wie hoch man ist. Was war das denn jetzt? Ich. Ich kann doch fahren, aber du nicht, oder was? Doch. Aber ich habe gelbe Wheels. Ich muss aber trotzdem erstmal... Ich habe rote. Ja, darf ich repairn? Was? Ja, ich muss sowieso erstmal kaufen. Oh, mein Handy hat nur noch ein Prozent. Das Schöne ist natürlich, dass so ein Repair-Kit plus 250 kostet. Ja, wir haben mehr als Glück. Nee, würde ich sagen. Sonst wäre ich schon pleite. Ich wahrscheinlich auch. Auf anderen Zimmer kostet das Auto ausparken vor allem auch Geld. Also... Das kostete hier auch bis vor dem Vibe. Also im Chat kostete eine Million zum Ausparken. Wat? Ja. Ist doch noch billig, hallo? Ja, eine Million war übertreten. Also 500 für eine Vibe-Baut. 500.000. Da steht er ja... An seinem Auto. Ja, so, fertig. Ich muss nur noch... Nein, nicht U, sondern einsteigen. Und dann darfst du schon mal wegfahren für deine Zuschauer? Ich bin doch schon unterwegs. Ich bin doch schon längst weg. Und dann seine Zuschauer schreibt mal bitte in die Kommentare, wie gut er ist. Wie gut er als das Player ist. Das würde mich mal interessieren. Schlecht. Hey, ich hab ihn abonniert. Ja, ich noch nicht. So, wollen wir oder was? Hast du dir jetzt eine Night Vision gekauft? Ja, hab ich. Ja, dann los. Also Licht komplett auslassen, bitte. Ja, mach ich. Ja. Wir hatten gerade diese... So, ich fahr mal ein bisschen so über das Gelände. Oh, hilf. Oh, da ist ein Zaun. Wuhu. Macht nichts, durch den Zaun komm mal los. Ich bin drüber gefahren, also ehrlich. Dafür ist es ein Hunter, aber ich höre hier gerade ein Heli über uns. Ja, das ist eine Bullerei. Ach, dann können sie wenigstens mal zusehen und mal lernen, wie man fährt. Ja. Bei Hunter auf dem Weg. Da rechts ist ein Opfer. Das macht nichts. Er muss uns sehen. Wir sind schließlich weiß roh, auch wenn wir beide kein Licht anhaben. Ja, ja. Kann man irgendwie Kollisionslicht anmachen? Es wär mal was. Ja, das ist ja voll notwendig hier, ne? Also ich hab eben gerade fast eine Limousine auf dem Weg zum Pfirsichfeld weggenagelt. Ich überfahre jetzt gleich vor mir so einen Hunter. Der gerade ein Salto macht. Der macht keinen Salto. Der weiß, wie er über die Steine fahren muss. Achso. Boah. Boah, scheiße. Ja. Na, wo bleibt ihr? Wir sind doch schon auf dem Weg. Sag mal, bist du hinter den Hochspannungsleitungen? Ja, das stimmt. Ich bin jetzt mittlerweile hinter denen, ja. Boah. Er fährt weiter links. Pass auf, er fährt weiter links. Ja, weil sonst wäre ich ins Wasser gefahren und das wäre wahrscheinlich nicht so. Oh, fuck, da ist ein Gebäude. Ja, ein Einsatz. Einsatz? Einsatz. Einsatz, ich weiß nicht wo. Einsatz. Die Lunte brennt. Wo ist denn der Einsatz, bitte? Leitstelle, gib mal du. Salzhändler. Salzhändler? Okay. Ja. Da hast du aber fast das Wrack da mitgenommen. Oh, Mauer. Na komm. Alter, fahr doch mal. Nein! Da ist er! Man sieht wie lange noch. Durch die Mauern kannst du durchmeißeln, das macht nichts. Oh, okay, ich muss mich berichtigen, das macht doch was. Wasser! Denk dran, armer Logik, ne? Du kannst überall drüber fahren, überall gegen fahren, aber wehe, du fährst ins Wasser, Auto putt. Also nö, ich fahr nach Reise. Alles gut. Gut. Genau. Ich stand bloß bis zu den Rädern drinnen. Achso, wir fahren also im Baywatch-Style einmal durch den Sand. Ja. Na, müsst ihr reparieren, ja? Wie fein ihr das macht. Super macht ihr das. Du könntest ja inzwischen schon mal Richtung Einsatz fahren. Ich, ich hab... Wo ist denn der Satz Händler? Äh. Ich hab keine Ahnung. Karte auf und dann siehst du den da, den Toten schwarz markiert. Ach, ich bin dumm. Ja, ist mir schon klar, aber trotzdem. Erzähl uns mal was Neues. Ich hab den Toten nicht gesehen. Komm, ich fahr sogar nochmal an dir vorbei, ja? Mein gutster. Hä? Ich fahr doch nochmal an dir vorbei und diesmal richtig knapp, okay? Das geht nicht, da ist ne Mauer. Ja, fahr nochmal dran vorbei, richtig knapp. Geht immer noch nicht, ist immer noch ne Mauer. Ja, mach die weg. Ne, da ist mein Auto kaputt. Vergiss es. Na, wo bleibt ihr? Ach, gucke, wenn du langsam entgegenfährst, kriegst du die Mauer umgeworfen. Also, dass hier niemand... So, fand ich doch wieder ne Mauer. Ich glaub's nicht. Ganz ehrlich, bei GTA ist das schöner. Oder... Wo war denn das? GTA San Andreas. Da hat's mal richtig Spaß gemacht, über den Strand zu fahren. Vor allem, wenn man vorher auf den Feldern war und sich einen Mähdrescher geholt hat. Und dann ab über die Strandpromenade. Sah immer ganz lustig aus, zumal der die Leute ja komplett durchgeschreddert hat. Und hinten dann... Ja, ja, bei, wie gesagt, GTA San Andreas. Das ist heutzutage nicht mehr möglich. Weil's zu gewalttätig ist? Ja, das musst du genau sagen. Bei GTA 5 Online. Die GTA 5, die Folter-Szene. Die GTA 5, die Folter-Szene. Ich meine, ich hab mir ja das eine Let's Play angeguckt, mal ganz ehrlich, ja? Ich auch, ich auch. Als ob der, als, äh, der, der, der das gemacht hat, der hat da so ein bisschen rumgeheult. So, oh, oh mein Gott, als, oh, das will ich doch gar nicht machen. Und, ah, das tut mir jetzt so leid. Mal ganz ehrlich, das ist doch das, worauf jeder in GTA wartet. Auf so eine Szene. Ja. Ja, ähm. Und er fing da an, oh ja, und das auch. Und das tut mir ja so leid, dass ich den da jetzt foltern muss, natürlich. Nee, aber ganz ehrlich, also, ich spiegelte ja auch nicht, aber hätte ich das gespielt, ich hätte da aufgehört. Und in Wirklichkeit, und in Wirklichkeit sitzt er da, hehehehe. Genau. Oh. Oh, die Steine waren ein bisschen groß. Mist. Nee, jetzt sag ich nicht, ich bin hier kaputt. Nein, nur die Vorderachse. Ich muss jetzt eigentlich schon längst aufgehen, aber ich will noch ein Labitonics. Labitons, nicht Labitonics. Ja, ich müsste jetzt auch langsam gehen, weil mein Flug, ach, weil mein Flug ja auch in ein paar Stunden dazu geht. Wo geht's denn hin? Erstmal morgen nach Hamburg, äh, ja, morgen nach Hamburg und dann in die USA. Okay. Okay, alles. Gibt's da irgendwas Besonderes oder einfach nur Urlaub? Einfach nur Urlaub. Ach so. Ja, wo, 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 wo geht's denn hin in die USA? New York, beziehungsweise später dann noch L.A. Oh, nice. Was hast du Aufenthalt in Hamburg? Einen Tag. Okay. Einen Tag und eine Nacht. Binnenstadt kann man viel erleben. Oh, das... Ähm... Ja, das ist mir schon klar, aber... Was ist denn da in die Luft gegangen? Sag, wie wir das sagen, sag Bescheid. Sind für mich, ist für mich eine Stunde Fahrt, bin ich in Hamburg. Gut, morgen bin ich da, ist ein Heli in die Luft gegangen. Das war bestimmt ein, das war bestimmt ein Cop-Heli. Die, 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 die gesagt... Nein, ein OF. Was war das denn? Ich habe ihn. Lol, jetzt ist der D-Spawned. Ne, doch nicht. Entschuldigung. Plus der Heli ist D-Spawned. Was machst du denn da? Ich habe die Kohle auf. Hier liegen noch dreimal, also... Ja, ich mache meine 10.000 hier. Ey, das ist sauf viel Geld, was hier rumliegt. Wieso? Ja, ey, ich habe... Hier vorne bei dem Auto liegt da noch was. Ach, nee. Ich habe 210.000 jetzt aufgenommen, insgesamt. Boah, Respekt, da wollte sich wohl irgendwer was... Jemand anderes blieb den wieder, willst du mich verarschen? Ja. Soll ich beschlacken dann noch die Autos? Hä? Ist mir eigentlich egal. Ist mir egal, egal. Oh nein. Ich würde mal was sagen, denn Labiton... Labitons... Ey, ich habe es nicht ausgesprochen. Labiton X, bitte. Labiton X, genau. Ich kann jetzt langsam mal dein Video beenden, da ich auch offline gehen will. Aber wartet mal, bleibt erst mal stehen. Ich will euch beide noch erwischen. Nein, nicht die Autos, ich will euch erwischen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich damit einverstanden bin. Gut, dann warte mal, bis ich den Beschlagland habe. Bam! Aua. Ey, das war 210.000, die Schuld ist droht. Dankeschön. Ist ja kein Problem. Kein Problem. Das kriegen wir wieder raus. Unser Geld wurde hier gerade gekauft. Ich beschlack nochmal den Hunter. Ja, von meinem Kollegen wurde das Geld genommen. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Hier liegt das Geld vor seinen Füßen. Hier, kommen Sie mit, kommen Sie mit. Danke. Hier liegt das Geld. Hier auf dem Boden. So, dann beschlack nochmal mein Auto. Ich sag den... Ey, ich bin ja wiederbelebt, ey. Ja, da kannst du die Kohle wiederholen. Die 10.000, die ich dir abgezockt habe. Mein Geld, mein Geld. Loy. Das kannst du ja nicht aufheben. Zu spät. Da, dam, dam, dam. Alles mein Geld. Den bitte nicht beschlagnahmen. Zu spät. Ganz wichtig, den brauche ich. Geh weg da, geh weg da. Zu spät. Dann geh da weg. Nee. Lass den bitte. Ja, komm, weil du es bist. Ich brauche den doch noch. Aber hier, äh... Müll euch... Müll euch gehen. So, und damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Labiton X.